Durch KI werden sich die Gehaltsstrukturen extrem verändern. Empfiehlt euren Kindern nicht mehr, BWL und Co. zu studieren, sondern sagt lieber, werdet Handwerker. Sven muss man nicht vorstellen, oder willst du nochmal sagen, dass du Sven Schmidt von der Machine Seeker Group bist? Und muss man nicht, glaube ich. Sag du ein paar Worte zu ihm. Er ist Stammgast bei dir. Und bei mir auch. Jetzt ist der Ton schon weg. Der Ton ist schon weg. Ihr habt mich schon abgedreht. Er ist erst Stammgast. Er ist seit wirklich vielen Jahren dabei bei OMR. Er ist ein Investor im Wagniskapitalbereich gewesen, bei Excel. Unternehmer in verschiedensten Bereichen. Sehr kritischer, sehr scharfzüngiger Vorwarnung, Disclaimer. Es wird jetzt hier scharfzüngig. Wenn Sven dabei ist, dann ist immer Klartext drin, sagst du ja auch. Digital Beobachter in verschiedensten Perspektiven. Also jetzt aber. Genau. Und vielleicht dieses Thema sage ich auch gleich mal. Es gibt ja jetzt auch schon Podcasts, wo es am Anfang heißt, wenn ihr mental nicht stabil seid, dann schaltet aus oder holt euch die beste Freundin oder den besten Freund dazu. Also wenn ihr mental jetzt nicht stabil seid, bevor Sven hier kommt, vielleicht den Nachbarn mal anfassen und dann fangen wir jetzt an. Ja, Sven, viele werden wahrscheinlich so ein bisschen über den Titel gestolpert sein. Zukunft der Plattform Deutschland. Sind wir denn als Deutschland eine Plattform? Jede Region, jedes Land muss sich als Plattform verstehen. Wenn man dieses Verständnis hat, ist das die beste Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand. Ja, ich befürchte so ein bisschen, dass unsere Politiker das Verständnis noch nicht haben. Ja, was ich befürchte, du scheinst jetzt nicht so ein großer Anhänger der Ampelkoalition zu sein. Auch das hat sich das Klima mal vorweg geschoben. Ja, ich glaube, ich muss fair sein. Ich war auch kein Fan der letzten Regierung. Ja, aktuell sehe ich ja aus der ersten Reihe die Denationalisierung von Deutschland. Ja, und das ist für mich traurig mit anzusehen. Das ist meines Erachtens, ja, Energiepolitik von Ultras. Und egal ob Ultras im Fußball oder Ultras in der Politik, Ideologie führt immer zu suboptimalen Lösungen, denn Ideologie begrenzt exante Lösungsfelder. Aber jetzt muss man ja, ja, da ist noch kein Standing Ovations, aber das wird schon. Jetzt hat ja der Wirtschaftsminister Habeck so einen tollkühnen Vorschlag gemacht, Industriestrom 6 Cent. Das ist ja Energie-Wonderland, auch für deine Kunden möglicherweise. Ist das nicht was für die Rettung Deutschlands? Genau mein Humor. Ja, wir schalten die AKWs ab, jetzt so ein bisschen Volkswirtschaftslehre für Beginner. Das limitiert das Angebot. Weniger Angebot, höhere Preise. Dann ist man überrascht darüber. Das sagt alles über den Wirtschaftsminister. Und dann mache ich darauf Planwirtschaft. Ja, Planwirtschaft hat nach nirgendwo funktioniert. Ja, und daher sage ich, wir brauchen eine Politik, ja, die ergebnisoffen ist. Die Politik muss die Plattform bereitstellen. Infrastruktur, Bildung, Rechtssicherheit. Aber die Politik darf nicht glauben, dass sie der beste Unternehmer ist. Ja, aber jetzt höre ich schon wieder planoffen, technologieoffen. Das ist so eine Chiffre der FDP zu sagen, ey, alles bleibt so wie es ist. Und wenn jetzt hier Rav Kamura auf der Bühne gewesen wäre, hätte er dann auch singen können, ich gebe Gas für die 500 PS. Das kann ja nicht die Zukunft sein. Wir brauchen eine Theologie offen. Das ist immer, das ist die falsche Chiffre. Das muss sich doch was ändern. Also Holger, du bist bei der Welt und nicht bei der Taz. Ja. Also da muss man ganz klar sagen, das Morgen wird anders als das Heute. Aber es kann doch keiner ernsthaft glauben, dass irgendein Politiker in Berlin oder sonst wo eine Glaskugel auf dem Tisch hat und weiß, was die Zukunft bringt. Ja, aber du musst ja auch sagen, dass Unternehmen auch keine Glaskugel haben. Wenn ich sehe, die Automobilkonzerne haben komplett die Elektrowände verschlafen. Und ist es dann nicht manchmal sinnvoll, dass wir jemanden so ein bisschen anstupsen müssen oder dass wir die grüne Energiewende einfach initiieren müssen, beherzt angehen müssen, um dann wenigstens auf dem Gebiet dann den neuen Wohlstand zu schaffen. Ja, aber jetzt guckt sie bitte mal an. Die erste Energiewende hat uns alle, wie wir hier im Raum sitzen, über 500 Milliarden gekostet. 500 Milliarden. Und was ist das Resultat der ersten Energiewende? Wir importieren Gas und Kohle zum Verbrennen, ja? Oh! Und wir haben immerhin chinesische, wir haben noch chinesische Solarzellenanbieter, haben wir auch noch subventioniert und haben die Welt wenigstens verbessert. Ja, aber das ist doch das Thema mit Subventionen. Die erste Frage bei Subventionen ist, sind Subventionen überhaupt effektiv? Die zweite Frage bei Subventionen ist es, sind sie effizient? Und die dritte Frage ist es, sind Subventionen fair? Ja, ich zweifle an allen drei Sachen und deshalb sage ich ja auch immer, ja, wir müssen die Plattform hinbekommen und darauf sozusagen kommt das Beste. Es gibt ja hier, Scott Galloway wurde heute Morgen zitiert von Philipp Westermeyer in seiner State of the German Internet Sache. Und das Schönste der Subventionen war, Scott Galloway hat ja gesagt, die ganze Zeit, als Amazon dieses zweite Headquarter ausgeschrieben hat. Und dann wollte Amazon nach New York und wollte davon Geld haben, von den New Yorker Steuerzahlern. Und Scott Galloway hat immer gesagt, gibt ihnen keinen Cent, die gehen eh nach New York, weil in New York die besten Talente sind. New York hat die beste Plattform und man muss nicht in die Subventionen investieren, sondern in die Plattform. Aber ich muss ja auch sagen, jedes Land fuddelt ja bei der grünen Energiewende mit rum. Es gibt Subventionen, es gibt Energiepreis-Caps. Wenn wir als Deutschland jetzt auch sagen, na gut, wir machen freien Markt und kommen doch alle her, dann sind wir am Ende doch möglicherweise die Gekniffenen, weil alle anderen ihre Industrien subventionieren. Braucht man nicht so eine Subvention, so als Anschubser vielleicht, um was hinzubekommen? Ja, ich glaube, die 500 Milliarden, die wir da als Anstupser uns geleistet haben, die haben die Forschung und Entwicklung von China finanziert. Das zum Thema, wo das Geld hingeflossen ist. Aber irgendwo muss ja der zukünftige Wohlstand herkommen. Sag vielleicht, wo siehst du das? Der zukünftige Wohlstand, ja, ist ja mal als Land relativ einfach. Da gibt es zum einen halt Rohstoffe, ja, die Rohstoffe, da haben wir wenige von, die wollen wir auch nicht heben. Lieber importieren wir Gas und Kohle. So, und dann ist es eine Frage von Humankapital mit dem Faktor Einsatz. Jetzt haben wir so ein bisschen Volkswirtschaft 101 gemacht. Beim Thema Einsatz müsste ich schon mal ganz kurz da einhaken. Da gab es ja schon verschiedene Vorschläge von der Politik, etwa Saskia Esken von der SPD, die Vorsitzende, hat ja schon gesagt, 28-Stunden-Woche mit Lohnausgleich wäre eine ganz coole Angelegenheit. Und ich glaube, die Idee mit der 4-Tage-Woche, die ist auch bei Grünen-Wählern ganz beliebt. 69 Prozent der Grünen-Wähler sagen das auch. Und ich würde vermuten, 4-Tage-Woche, wärt ihr auch dafür mit Lohnausgleich? Wahrscheinlich auch, oder? Ja, siehst du? Jetzt traut sich keiner mehr zu klatschen. Man kann ja ganz einfach eine Grenzbetrachtung machen, ja. Ist es irgendwie sinnig, 7 Tage die Woche 24 Stunden zu arbeiten, also 168 Stunden? Das ist auch unsinnig. Ist es irgendwie sinnig, sozusagen zu sagen, wir arbeiten 7 Stunden die Woche, also die 1-Tage-Woche? Nee. Und im Zeitalter von letztendlich Arbeitermangel diesen Vorschlag zu machen, ja, meines Erachtens Nonsens. Ja, es gibt keinen Indikator, der dafür spricht, und es ist meines Erachtens zum einen Populismus und zum anderen ja auch diese gefährliche sozusagen Gläubigkeit in Deutschland. Es geht immer so weiter. Ach, das klingt jetzt um mir zu sehr nach Anwesenheitskultur. Aber gut, wenn wir jetzt, dann haben wir noch Humankapital. Einen Satz, da bist du jetzt nicht so angesehen, aber wir haben Humankapital. Wir sind doch das Land oder die Nation der Dichter und Denker. Und ist das nicht was, dass wir da unsere Zukunft haben? Da ist ja die spannende Frage. Waren wir mal das Land der Dichter und Denker? Ich glaube, ich habe in der Welt gelesen, 30 Prozent der Viertklässler können unzureichend Deutsch und Mathematik. Ich glaube, das beantwortet die Frage, dass wir aktuell nicht mehr das Land der Denker und Dichter sind und meines Erachtens das Ergebnis einer falschen Migrationspolitik. Ah, jetzt keine Ausländerfeindlichkeit hier, lieber Sven. Also du bist ja wirklich Touchjournalist geworden. Nee, das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Ich habe immer schon für gezielte, topqualifizierte Einwanderung, also das kanadische Modell. Wir sind eine Plattform und wenn du im Internet eine Plattform betreibst, dann musst du die besten Talente, die besten Firmen, die besten Kreaturen auf deine Plattform locken. Und so müssen wir auch Deutschland verstehen, als Plattform Europa verstehen. Wir müssen uns fragen, wie können wir attraktiv werden für die besten Talente aus der ganzen Welt. Und was mich skeptisch stimmt, ist es, ich kann die Frage aktuell selbst nicht beantworten. Warum soll ein top indischer IT-Absolvent nach Deutschland gehen, wenn er auch in die USA gehen kann? Ich muss gestehen, die Leute haben 399 Euro bezahlt, nicht um die schlechte Laune von dir her zu ertragen. Übrigens, nächstes Jahr wird es noch mehr. Siehst du? Ihr habt jetzt, ihr applaudiert, dass es nächstes Jahr teurer wird. Das ist schon mal gut. Die haben wir klatschen, die höheren Preise. Das ist eine wunderbare Idee. Aber hast du nicht irgendwas, was sich positiv stimmt für das Land? Also es muss doch irgendwas geben, sonst wenn Schmidt nur schlechte Laune ist, so gehen wir hier nicht von der Bühne. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die künstliche Intelligenz sozusagen die dringend benötigte Flut sein kann, die alle Boote hebt. Ja, wir haben, ich habe es ja eben schon erwähnt, Thema Arbeitermangel. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, aktuell mit so Hochbeschäftigung 42, 43 Millionen Arbeiter, Arbeiterinnen. Und ich glaube, die Prognosen sagen, dass wir bis zu 8 Millionen über die nächsten Jahre in Anführungsstrichen aufgrund von demografischen Faktoren sozusagen da austreten. Und dann muss man ja sagen, das ist für eine Volkswirtschaft wie die unsere mit einem Umlageverfahren extrem herausfordernd. Und jetzt kommt der Gegentrend. Ja, zum Schluss, wieder ganz einfach, ein bisschen vereinfacht, volkswirtschaftlicher Output, Anzahl der Arbeiterinnen und Arbeiter mal Produktivität. Der eine Faktor geht runter und ich glaube, da hat ja, glaube ich, auch gestern Pip Glöckner darüber geredet, KI kann die Produktivität immens steigern. Hätten wir jetzt keinen Arbeitermangel, hätte ich Angst, wie die Gesellschaft auf den Wechsel vorbereitet ist. Aber jetzt haben wir ja eigentlich zwei gegenläufige Faktoren. Anzahl der Arbeiter runter, produktiv so raus und dann habe ich die Hoffnung, dass sich das insgesamt noch gut ausgeht. Aber das kann ja nicht im gleichen Job so sein. Pip Glöckner hat ja gesagt, ihr werdet alle 100% produktiver und ihr seid alle noch in 10 Jahren hier als Superhumans. Das kann ja nicht funktionieren. Wenn du sagst, Produktivität geht hoch, dann muss ja irgendwie, wenn ja auch dann Jobs verschwinden, dann muss ja auch ein wahnsinniger Strukturwandel gehen. Erklär mir nochmal genau, wie jetzt KI dieses Problem lösen soll. Ja, ich glaube, der Pip Glöckner, der ist sehr intelligent, da ist die Analyse richtig, aber der ist auch sehr schlau und hat dann den zweiten Satz nicht gesagt. Der zweite Satz ist nämlich, als Marketingmanager werde ich in jedem Fall von KI extrem betroffen sein. Pip Glöckner hat gesagt, meine Effizienz kann sich um 100% steigern. Die Frage ist nur, brauchen wir den doppelten Marketingoutput? Und darauf ist die Antwort ziemlich klar, nein. Okay, also du willst die Halle jetzt teilen, die einen brauchen wir, die anderen nicht. Okay. Ja, ich glaube letztendlich, KI wird dazu führen, dass unglaublich viele Marketingmanager ihren Job verlieren. Und machen wir nichts vor, viele davon arbeiten ja auch in großen Firmen. Und da gibt es ja schon im letzten Jahr dieses Zitat von Mark Andreessen, ja, Riesekapitalgeber. Der hat gesagt, the good big companies are overstaffed by 2x, the bad big companies are overstaffed by 4x. Also anders ausgedrückt, bei Bayer in Leverkusen arbeiten viermal so viele Menschen wie notwendig. Aber das heißt ja, die Bayer-Mitarbeiter, die sollen dann Pflegekraft werden oder Dachdecker oder Wärmepumpeninstallateur. Das klingt mir zu einfach. Klar, aktuell ist das natürlich kein Match. Aber natürlich ist es so, dass KI wird sowas eine Pflegekraft nicht ersetzen. Vielleicht ein bisschen effizienter machen, aber auf keinen Fall ersetzen. Und wir brauchen mehr Pflegekräfte. Wir haben jetzt schon in diesem Beruf einen Mangel. Und daher ist meine, sage ich mal, hört sich auf den ersten Blick vielleicht provokant an. Aber diverse Marketingmanager von Bayer sollten perspektivisch auf Pflegekraft umschulen. Also du meinst, die Hälfte der Gäste sind irgendwann Wärmepumpeninstallateur. Das ist schon mal eine gute Idee bei der nächsten OMR. Aber beziehungsweise bei der nächsten wahrscheinlich erst in zehn Jahren. Aber jetzt haben wir ja jetzt schon in Deutschland eine gewisse natürliche Arbeitslosenrate. Jetzt werden wir wieder etwas technisch. Auf der anderen Seite haben wir offene Jobs, weil die Menschen, die arbeitslos sind, in diese Jobs nicht reinpassen. Also dieses Mismatch. Wie willst du es denn schaffen, dass du dich AI dann nicht genau dieses Problem noch verstärkst? Dass du dann die natürliche Arbeitslosenrate statt fünf dann irgendwie sieben, acht, neun, zehn hast? Das ist natürlich das Risiko, wenn die Politik sich nicht auf diese beiden großen Trends einstellt. Aber wenn zum einen die Arbeiter, Arbeiterinnen sich um acht Millionen reduzieren und parallel die natürliche Arbeitslosigkeit sich verdoppelt, dann kann das in unserem Umlagesystem nicht nachhaltig funktionieren. Dann sind wir irgendwann da, wo 1989 die DDR war, nämlich Pleite. Oh, Pleite, ja. Aber jetzt müssen ja irgendwelche Anreize geschaffen werden. Wahrscheinlich muss der Markt Anreize geben, dass der Markt sagt, okay, bestimmte Jobs müssen besser vergüht werden. Und dann muss aber die Politik ja auch Anreize geben. Gib mir eine Idee, wie das gehen soll. Mir fehlt ein bisschen noch der Glaube dafür. Also ich glaube zum einen, der Markt wird irgendwann funktionieren. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eine Pflegekraft 50 Prozent mehr verdient als ein Marketingmanager. Weil nur dann entstehen Anreizsysteme, für Leute sich neu zu orientieren. Wenn du jetzt bei Bayer freigesetzt wirst, mit 42, die Anzahl der Marketingjobs sich halbiert, dann kann der Staat dich ja nicht 40 Jahre lang durchfinanzieren. Dann ist die Notwendigkeit gegeben, den Arbeitsmarkt wieder flexibler zu gestalten und die Anreizsysteme zu setzen. Und was ich immer sage, alle, die sich hier sitzen, glauben, die Gehaltsstrukturen der Vergangenheit werden auch die Gehaltsstrukturen der Zukunft sein. Und ich sage, durch KI werden sich die Gehaltsstrukturen extrem verändern. Empfiehlt euren Kindern nicht mehr, BWL und Co. zu studieren, sondern sagt lieber, werdet Handwerker. Gut. 15 Minuten sind vorbei. Wir wollten eigentlich noch über Fiesmann, eine Frage über Fiesmann. Komm, eine Fiesmann. Eine Frage noch. Fiesmann, da muss man kurz zu reden. Was sagst du dazu? Das ist ja auch ein... Fiesmann, gigantischer Lobbyismus, ein gigantischer Verkaufspreis. Durch den Lobbyismus sozusagen den adressierbaren Markt vergrößert, 4 Milliarden Umsatz für 12 Milliarden verkauft. Beides, muss ich sagen, super exekutiert. Wo ich persönlich gekotzt habe, war über die Bullshit-Bingo-PR-Nummer. Sich da hinzustellen und zu sagen, wir hatten keine Wahl, ist nichts weiter als eine gierige Lüge. Okay. Jetzt aber. Die Firma Bissmann hätte ohne Probleme an den privaten Kapitalmärkten 1 bis 2 Milliarden aufnehmen können. Vielleicht nicht auf eine Bewertung von 12 Milliarden, aber auf eine Bewertung von 7 bis 8 Milliarden. Mit dem Kapital hätte man dann auch die Investitionen machen können. Aber auch bei einer Milliarde EBTA hat man eigentlich auch genügend Cashflow. Das heißt, es ist nur eine Story. Ja, sorry. Verstanden, verstanden, verstanden. Ich glaube, ich muss auf die Sachen kommen. Wir wollen doch einmal ganz kurz der Bar, oder was kann ich aber beim Mikro an? Wir wollen einmal kurz der Bar die Chance geben, weil da sitzt ja Konstantin, der ja nun Hauptberuflich in der Energiewirtschaft arbeitet. Ich habe gerade Geschäftsführer von Lichtblick. Was denkst du, wenn du Sven hörst? Mikro funktioniert. Jetzt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, um das aufzuräumen, was Sven ja alles erzählt hat. Auch mal. Ein bisschen einzurden. Das fängt ganz, ganz vorne an in der Ordnungspolitik in Deutschland. Das geht dann weiter. Jetzt auch zum Schluss Fissmann. 1,2 Milliarden für eine Fabrik. Wenn man mal weiß, wie immer ein Pump in Deutschland gebaut werden, was für eine komplette manuelle Arbeit das war. Da muss man einfach mal nur hinfahren, dann sieht man das. Das ist überhaupt nicht wettbewerbsfähig gegen einen Carrier, überhaupt nicht wettbewerbsfähig gegen ein asiatisches Unternehmen. Was der Max da gemacht hat, ist à la bonheur, genau richtig. Hat auch nichts mit dem Industriestandort Deutschland zu tun. Ja, und dann kommen wir zu nochmal ein bisschen Energiepolitik, weil hier sind 7.000 Leute, damit wir das auch nochmal ganz kurz einordnen. Wohlstand wird gebaut durch günstige Energie. Und die hatten wir in den letzten Jahren. Und das Allergünstigste ist, irgendwo ein Erdgasfeld anzubohren und eine Pipeline nach Ludwigshafen zu fahren. Günstiger kann man nicht Energie von A nach B transportieren. Und das wollten wir alle, alle gemeinsam. Und das war auch total in Ordnung. Wir können uns jetzt aber nicht hier hinsetzen und sagen, ja, drei AKWs lassen wir weiterlaufen und plötzlich ist Angebot und Nachfrage irgendwie komplett wieder im Gleichgewicht. Das ist total irre, das zu behaupten, weil es hat energiepolitisch diese drei AKWs überhaupt keine Relevanz. Gar keine. Ich glaube, es geht in Summe um sechs AKWs wäre es gegangen. Hätte man die anderen drei wieder ins Netz getan. Und es ging um 16 Prozent der Stromversorgung. Du bist doch für einen Markt. Wo sind denn die Profite bei AKWs? Die sind bei Unternehmen. Privatisiert. Wo sind die Risiken? Die sind sozialisiert. Es gibt in Deutschland keine Versicherung für einen AKW. Was passiert, wenn so ein Ding hochgeht? Das ist Steuergeld. Keiner will hier im Raum neben einem AKW wohnen. Also es ist total jemand, der vom Markt argumentiert, der muss anders argumentieren. Es ist total klar, ganz wichtig, alle anderen in Europa, in der Welt, sind alles Geisterfahrer. Und wenn ihr demnächst über die Ausfahrt auf die Autobahn fahrt und euch kommen 100 Wagen entgegen, immer fest dran glauben, alle anderen sind Geisterfahrer. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, die Welt will nicht am deutschen Wesen genesen. Das kann ich gut verstehen. Ja, also ich glaube, dass man sich für Atomkraft entscheiden kann. Gesellschaftlich. Ja, dann muss man aber halt auch sagen, okay, ich habe kein Problem damit, mit den Risiken da zu leben. Es ist nicht die günstigste Form, Strom zu produzieren. Ja, alle Energieunternehmen in Deutschland, die AKWs haben, sind super happy, wie der deutsche Staat die Endlagerung geregelt hat. Nämlich 26 Milliarden Rückstellungen einfach in die Bilanzen gebucht. Ja, und dann zu sagen, alles klar, ciao. Aber das ist doch auch nur reine PR. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen. In Belgien stehen Meiler. Wer versichert mich denn da? In Finnland entstehen neue Meiler. Wenn hier irgendjemand in Bayern wohnt, in der Tschechei stehen Meiler. Wir sind in Deutschland keine Insel. So, okay, also jetzt, ich würde vorschlagen, wer das spannend findet. Und es geht jetzt ja über die Digitalwirtschaft schon deutlich hinaus, in die Energiewirtschaft, von der ich jetzt auch nicht so viel Ahnung habe. Wir finden einen Podcast-Host, der euch beide zusammenbringt im OMR-Podcast. Alles klar, so machen wir das. Und wir werden das verlängern. Also, wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, wie tief Holger im Themengebiet Energiewirtschaft drin ist. Jetzt gibt es hier wieder Versöhnung. Alles gut, ich sage ja auch immer noch ganz wichtig, der intelligenteste für mich Investor der Welt, Bill Gurley von der Firma Benchmark Capital. Auch die erfolgreichste VC-Firma. Wenn man ins Valley geht, ja, alle frohe Micromiler, alle. Ja, aber sorry, es ist immer so, die deutsche Tech-Szene lebt auf einer Insel und vor allem, weil die technologisch so weit vorne ist, weiß die auch viel besser als das Silicon Valley Bescheid. Weil wir hier die Talente haben. Jetzt ist gut. So, Holger, du hast mir versprochen, du hältst Sven im Griff. Hat nicht geklappt. Also, wir lieben dich für deine Impulsivität, für deine Leidenschaft und auch für deine kontroversen Meinungen. Und wir machen das Gespräch ernsthaft im Podcast weiter. Da suchen wir aber jemanden dafür, der das gut moderieren kann. Ich traue mir das nicht zu. Aber ihr beiden kommt, dann machen wir das. Unbedingt. Machen wir. Genau. Alles in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Sven und Holger. Tschö, 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 tschö. Tschö, tschö.